jo servus leute jetzt für mich in den ec durchfahrt in langsäbold der sauschnell schaut mal hier seht ihr in den kandidaten richtig schnell ist dieser ec wenn euch mein video gefallen sollte gibt einen daumen hoch oder abonniert mich in die kommentare ich bedanke mich fürs zu sehen und bis zum nächsten video ciao